Protest gegen Studiengebühren an der Uni Göttingen Mehr als 250 Studenten demonstrierten für die Abschaffung der Studiengebühren. Mit Trillerpfeifen verliehen sie ihrer Forderung Nachdruck. Auf Transparenten nahmen die Studenten Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen im Januar. Anfangs gab es technische Probleme. Der Generator für die Lautsprecheranlage wollte nicht anspringen. Nach mehreren Versuchen konnten die Studenten aber Richtung Innenstadt losziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017